ARD Text im Auftrag von Funk Oh schon wieder der Fick so umf Eigentlich find ich den ja gar nicht scheiße Ich find den nur scheiße wegen dem Fick verfluchten Toten Danke Schwester Oh Alter, hattest du mich gleich gesehen, die Sau Du oben doch, oder? Was? Nee, ne, weil ich den da geh- äh, kann ich den anderen Spieler hinnehmen Junge, ey Ich dachte erst, die portet sich zum Generator, aber nee, die hat sich gleich zu mir geportet, hat mir verprügelt Ich glaub ich komm mit Ah ne, da ne Oh, oh Oh, ich glaub bei der Hagenkill haben wir nicht so den Spaß unseres Lebens Das ist ne blutige Krankenschwester Mhm, ja so wie sie jetzt hier auch grad agiert hatte mit dir Wobei Blut, ich hab eigentlich nie mehr zu sagen Hm Sag mal, wenn wir nicht jeden gelövelt hätten Ähm Das stimmt wohl Hätten wir auch eigentlich alle relativ schnell auf Fluglevel 3 Aber okay, auf mich rücken ist halt wer anders als ein Hahn Ich seh' jetzt auch grade Ich mach den ja keinen Teil einfach nicht Ich hab's ja kurz abgeschüttelt 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 Okay, da ist sie wieder Aua Haha Das ist kein auf jeden Fall heilende Sehen Davon geh ich ganz stark jetzt mal aus Pfff Naja Aua 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 Wenn ich jetzt sterbe Verlier ich meinen lilenen Schlüssel Aua Also... Nicht den sehr seltenen Schlüssel Sondern den ultra seltenen Schlüssel Nach lila kommt doch das pinke den habe ich dabei wenn ich den jetzt verliere also nicht sterben müsste er da liegen das ist du den hier aufheben können ich habe aber mit addon dran dass wenn ich sterbe den ich verliere vielleicht wieder haben ja genau wird eigentlich müssen wir den rein theoretisch zweimal dann haben und du müsstest den betont dran haben was ich ja dran hatte ja genau das geht dann einfach weg wenn es fallen lässt das kann natürlich auch sein dass er den hell gebunden ist und den charakter kannst du den holen ich will gerade hin rennen aber weil der ist gerade bei mir hier gewesen am großen boot weil ich renne hier gerade unten vorbei am großen boot jetzt gleich da das sie noch hinterher und bei mir sind ja die sind da lorry hinterher der wir wollten gerade so hatten herzschlag hatte und aber ich habe mit lorry halt dann den generator gesessen deswegen das ist doch die die du schon mal angehangen hast die du abgehoben hast gerade so ja du kannst nähe in der sehen scheisse Ooooooh Wow 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 Jetzt schon gekämpft ihr habt? Ich glaub noch nicht ne Schaffe ich das jetzt noch ne? Kämpfe Alte! Kämpfe! Die kommt direkt dahin Ich muss doch gar nicht Kämpfe! Nein! Fick ey Hast du dich gesehen oder? Was? Hast du dich jetzt gesehen? Nee, ich war kurz davor die alte Partner Ich hab dir gedacht die Welt Ich hab dich dadurch gesehen Ah 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 Scheiße ey Das war ein Fick Timing Ja Sekunde hätten wir noch gefehlt Ja Das ist auch tot oder? Ja Ich weiß nicht, die Lorry? Klingt doch noch nicht oder? Ah guck mal wie sie die mit Pfeile Weil sie Angst hat Freistell Na Wirst du mir gesehen Richtiger Wichser Ja Oh krass, die konnte schon gleich hierher, Alter Ja Ganz stark, ihr habt so krass Also die hängen doch gar nicht, die andere Okay Oh, da ist sie Weil mein Generator nicht angemacht hab Ja 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 Das war's. 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 Das ist. Das war's. Oh, alter. Das war's.